Hallo, mein Name ist Heinz Strunk. Vielleicht kennen Sie mich, vielleicht auch nicht. Das spielt keine Rolle. Vor noch nicht allzu langer Zeit befand ich mich in einer schweren, einer schwersten Lebenskrise, bis ich nach verzweifelter Suche und mit letzter Kraft auf ein Prinzip stieß, das mich nachhaltig verändern sollte. Da dieses Prinzip noch keinen Namen trug, Prinzip without name, habe ich es kurzerhand nach mir benannt. Das Strunk-Prinzip. Es ist eine Art lineare Bedienungsanleitung für sich selbst. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie diese 31 einfachen Steps of Success befolgen, wenn Sie künftig in der Lage sein, jedes, in Worten jedes Problem zu lösen. Denn nun zu Ihnen. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? Haben Sie von allen bereits genug? Geld, Sex, Macht, Alkohol, Immobilien? Sicher nicht. Werben Sie endlich Herr über Ihr eigenes Schicksal. Switchen Sie um vom Ich-wär-ich-nicht zum Ich-kann-Denker. Wunsch, Einsatz, Glaube, Wissen. Es gibt viele Glücksformeln. Diese hier funktioniert. Es liegt an Ihnen. Die Heinz-Strunk-Show ist keine herkömmliche Show. Sie ist ein Trip, eine Erweckungsveranstaltung, die auch Ihr Leben verändern wird. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Ich-kann-Denker. Ich-kann-Denker. Ich-kann-Denker.